Mein Gott, der ist aber in der sterbsten, der du skippt, Alter, warum machst du das, dein Trimax, Mann? Alter, das ist so dumm, Junge, das ist so dumm, ich verstehe das nicht. Hallo Leute, was geht? Hallo, ich bin auch da. Das ist halt so praktisch. Hallo. Wir können dir gerade keine Aufmerksamkeit geben, Revi. Wir haben ein schwieriges Leben. Oh, Matra, ich will nicht mit dir reden. Ehre genommen. Ich will auch gar nicht mit dir reden. Revi, du hast ja alle meine Narko-Bären gezwiebelt, ne? So eine geschissene Lüge ist das. Ich habe bisher keinen einzigen Dino geholt, weil ich immer auf Revi warten muss. Ich habe wirklich null Dinos und Revi holt sich jeden Tag den absoluten Endgegner-Boss ran. Das stimmt doch gar nicht, du lügen wollt. Was soll die sch*** denn? Hey, was habt ihr hier gemacht? Wer baut denn hier gerade? Wer ist das? Wer baut hier so hässlich? Ich soll doch die Lage, die Base bauen, oder nicht? Ja, aber du bist nicht vorangekommen, Revi. Uh, das ist, uh, sch***, du hattest recht. Ja, Moment mal, ich habe doch angefangen, Alter. Base hat sich seit drei Wochen nicht verändert, Revi. Oh, dafür habe ich alle krassen Dinos holt, Bastard. Ja, das ist doch in Ordnung, da kannst du weiter krassen Dinos holen und wir machen jetzt die Base. Nein, ich baue die Base jetzt nicht, Alter. Das ist mir egal, Romantik. Ich baue die Base jetzt einfach mit. Hier ist ein Quenzel-Tarantino, Alter. Und ich habe auch Detlef-Dodo-Soest, Junge. Der ist tot. Was? Der ist tot. Der ist vorher gestorben, ja. Wer hat den rumgebracht? Ich habe deinen Quetzal kastriert, sorry, Alter. Ist es wirklich so? Yep. Ja, es hat kastriert. Weil du ohne uns geprogressed hast. Jedes Mal, wenn du ein Dino holst, wo ich nicht dabei war, schneide ich ihm die Hoden ab. Okay. Ist das dein Ernst, Max, Alter? Die werden wir doch eh nicht, du kannst doch eh nichts fortpflanzen. Mann, bist du geistig behindert, Junge? Muss ich das in der Stelle einfach mal fragen. Revi, du kannst die eh nicht fortpflanzen. Ich kann die nicht fortpflanzen. Der ist auch ohne Hoden noch leichter, das heißt, du kannst noch mehr transportieren. Was für ein Bullshit, Alter. Nee, der hat jetzt plus 500 Gewicht bekommen, weil die fehlen. Ach, Bro, das ist so unnötig von dir, Mann. Nein, das war damals ganz normal unter den Dinos, unter den Flugdinos. Alter, halt's Maul. Die haben sich eigentlich gegenseitig. Ey, Max, nee, das ist richtig sch***. Mann, Alter. Digga, das ist... Nein, das ist... Deswegen sind die auch ausgestorben. Ey, Kevin, mach mal wieder PvP an. Nee, Max, das geht wirklich nicht klar. Das ist ein 20 Meter langer Dino, weißt du, was das... Nein, das juckt mich nicht, weil es dumm ist. Das ist der Content, der mir später fehlt, weil ich ja noch was vorhatte mit dem, du Affe. Genau mit dem. Ja, genau mit dem. Den gibt es halt einmal auf dem Map, du Bot. Es gibt einen Dinos und der einzige, der keine Eier hat. Mein Gott, der ist aber der stärkste Dinos gibt, Alter. Warum machst du das, wenn ich... Trimax machen? Alter. Alter, Max, das ist so... Das ist wirklich unnötig. Das musst du sehen. Ich hab Romatras Tech-Raptor auch kastriert. Ja, das ist ein... Tech-Raptor. Holy shit, Mann. Der ist ja absolut funktionsfähig. Der ist ja... Nein, der ist nicht funktionsfähig. Der kann nicht mehr bumsen, der Arme. Doch, der kann das noch, aber das klappt nicht so richtig mehr. Ey, Max, du bist so ein Arsch, bist du. Du bist so ein Spasti. Das ist so unnötig, ey. Der kann doch immer noch transportieren und fliegen. Dafür brauchst du ihn doch. Kevin, mach mal PvP jetzt an, bitte. Das ist nicht der Server-Sorg. Ja, wir müssen jetzt PvP... Max, nee, wir gehen jetzt in den Ring. Wir gehen in den Ring. Wir gehen nicht in den Ring. Ich knie hier gerade auf so einem Typen, ey. Wir waren schon vier, ehe du kamst. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt bin ich allein, oder was? Nee, Digga, ich nehme jetzt meinen Agentarwissen und fliege damit weg. Nein. Oh nein, nicht bitte. Doch, Digga, weil den hab ich auch gezähmt. Und ich gehe jetzt in die Berge und kass mich jetzt. Nein, Alter. Ich nehme euch jetzt alles an Fortschritt. Ich nehme euch jetzt alles an Fortschritt weg, Alter. Wofür grind ich denn dann, Max? Ja, bestimmt nicht für Flugdinosaurierhoden, Alter. What the f***? Das ist so dumm, Junge. Das ist so dumm. Ich verstehe das nicht. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Ich hab zu Max gesagt, ich sag... Weil Max meinte so, ja, ich kastriere den jetzt. Weil wegen Progress. Dann hab ich gesagt, nee, Max, mach das bitte nicht. Weil wir können den richtig krass tüchen. Und Max meinte dann so, ja, ist mir egal. Und Max hat das gemacht. Max hat auch gesagt, dass er dich als Person einfach nicht leiden kann, Rewi. Und? Max, ich hab deinen Christ Rathoff sterilisiert. Glaube ich dir nicht. Oh, was? Stopp. Mir wurde gerade die Longneck-Rifle geklaut. Stopp. Ist sterilisiert. Ich bin ein Dino von dem Kleinen. Muss den töten, den kriegst du wieder. Ist sterilisiert jetzt. Ist sterilisiert. Und ich werde jetzt jeden einzelnen Dino von dir sterilisieren, Max, als Rache. Deine ganzen Raptoren hier vorne werde ich sterilisieren. Hey, das ist so unnötig, Mann. Du kastriere jetzt deinen Agent Vetaris. Alter, das ist Max. Nein, nicht den Agent Vetaris, bitte. Nicht den A-W-Tar... Max, Alter, hör jetzt mal auf. Kevin, mach mal Pippa-Pern, wir müssen den aufhalten. Guck mal, Digga, ich hab ja vorproduziert, ne, mit Kevin. Ja. Und ich hab diesen Gottverdammten Babadino mit Kevin hier, diesen Decretzal geholt. Das ist ein riesiges Vieh, Alter. Ist ultra aufwendig, den zu zähmen. Und dann hab ich den getamed mit Kevin. Richtiger Brain-F***er, das Junge. Folge dazu kommt nächste Woche, Alter. Und Max ist einfach hingegangen, hat den kastriert. Aber ohne Grund, weil, weil... Aber der hat jetzt 300 Gewicht, der kann jetzt unglaublich viel tragen. Es ist doch egal, Alter, es ist einfach nur dumm. Der ist gar nicht kastriert, du Lügner. Der ist gar nicht kastriert, Max. Das wär mir jetzt echt peinlich. Der hat er nicht kastriert. Das muss so unendlich peinlich sein. Aber das Geile ist, ich hab seinen Dino trotzdem sterilisiert. Aber Max, dazu muss ich sagen... Das ist mir so peinlich. ...dazu muss ich sagen... Ja, Moment. Moment. Das kann ich nicht wissen. Das... Man muss ja immer erst gucken. Weißt du, wenn jemand sagt, Dein Puggino hat keine Hoden, dann musst du erstmal hinlaufen und das kontrollieren. Ich hab dich geprankt, Junge. Alter. Aber aufgrund dieser Art und Weise... Du hast meinen weiblichen Triceratops komplett... Ich hab die Eierstöcke rausgetreten. Du hast... Ja, das wollte ich nicht sagen, aber ja, das hast du. Ey, wir können jetzt einen Industriegrill bauen. Ist doch ganz gut. Oder? Da brauchen wir erstmal Strom. Und wir wollen jetzt erstmal die Basis ausbauen. Und dann kommt Strom. Max, wie sauer bist du gerade? Mann, ich hab den nicht kastriert, Chat. Hab ich den kastriert? Nee, oder? Wär schon crazy. Wolltest du überprüfen, ob du dein Ding kastriert hast? Willst du auch 50 craften? Wir können ja 50-50 craften. Könnte sein. Kevin. Ich booste gerade Romatra von den Leveln. Aber warte mal, Romatra, brech das mal ab. Dann lass Revi das gleich mal bitte craften. Ja, immer Revi. Er spielt nie was. Scheiße, mal allen den Mutern ab. Ja, aber Revi braucht ein Level. Warte, dann lass Revi als Belohnung. Aber nicht, dass meine Explorien-Node-Boost jetzt weg ist. Kevin. Du kriegst dann noch mehr XP, auch wenn er das macht. Aber er muss jetzt schnell kommen. Kevin. Ich geh offline. Ich hab den aus Versehen kastriert. Wen? Den Klötzer. Ernsthaft? Mhm. Weil ich überprüfen wollte, ob er kastriert ist. Und jetzt ist er kastriert. Das ist strong. Das ist natürlich easy. Das ist natürlich schnapp. Bis seit 10 Minuten online hast du 5 Stunden Spielprogress zerstört. Das ist nochmal ein dickes F, Alter. Da könnt ihr alle nochmal ein großes F auslösen. Aber ein großes, bitte. Ja, er ist kastriert. Hat er wirklich gemacht. Man ist halt strong. Weil manchmal Revi ist er einfach ein guter Spieler. Ja, ja. Warte mal ganz kurz. Was hat Romatra gesagt? Das dümmste, was Twitch passiert ist? Das ist Romatra, hat er gesagt. Ey, das tut mir so leid, Alter. Das tut mir so leid, Mann. Tja, F im Chat, ne? Das wäre halt nicht passiert, wenn Max nicht... Ey, Max, Digga, du hast mich so hart geprankt, Mann. Du hast mir sowas von die Ehre genommen gerade. Du wolltest das genau so, ne? Krasser Prank, Max, wirklich. Starker Prank. Mega gut geprankt, ne? Ich sag dann, ich rück die Leute keine Hoden. Du holst ein Messer raus, sprintest zu ihnen und schreitest in die Hoden. Sagst du, oh, guter Prank, guter Prank. Weil ich wollte ihn selber abschneiden. Aber dafür muss ich diesen Pich hier umbringen. Du kannst ja heute auch einfach mal progress ein bisschen. Ey, Leute, Mann, ich bin jetzt so, ich bin so traurig jetzt gerade, ne? Ey, Mann, ich bin so schlecht jetzt drauf, Alter. Boah, Max, geil aber irgendwie. Einfach wirklich lustig. Also, ich gebe dir nicht die Schuld dafür, Max, aber irgendwie hast du sie ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es hätte dir genauso rum passieren können. Sei bitte ehrlich und sag, dass es hätte dir genauso passieren können. Ich check das Menü gar nicht. Das hätte mir unnormal passieren können. Danke, Mann. Bart, auch an dich, es tut mir wirklich leid, ne? Ja, ich... Komplett den Beef. Kein Überblick gerade gehabt. Ich war kurz müde. Beef, da gab's keinen Beef. Evi kommt und schneidet seinem Flugdienst auch über die Hoden ab. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was man überhaupt machen kann. Ja, einfach öffnen. Das ist voll schwierig für mich. Weißt du, was ich machen kann? Deswegen stehe ich nur rum. Ja, nämlich. Guck mal, deine Brücke wird zerstört, Evi. Von wem? Keine Ahnung, irgendwie, weil jemand hat den Agro gemacht und jetzt zerstört er die Brücke. Ja, geil, Alter. Ich bring den jetzt um, Alter. Ich kann den abwarte. Jetzt ganz kurz. Was soll ich denn craften überhaupt? S plus Foundation. S plus Wood Foundation. Ich hab kein Holz. Ich hab so Bock, ne? What the fuck, Alter? Hä? Ich bin so traurig, ne? Du kannst Fleisch ranholen. Du kannst die Raptoren packen und ganz viel Fleisch ranholen. Ey, Max, ey. Du hast mir so die Ehre genommen. Ich kite gleich noch in Aventadis rüber, Kevin. Das wär nice. Ja. Tu noch was für die Gruppe, Mann. Ich hab das gestern geschafft, also krieg ich es heute auch nochmal hin. Das ist doch mal eine Einstellung. Ja, aber dann brauchen wir einen guten diesmal mal. Ich nehm den anderen Aventadis und, wie heißt Aventadis, Aventadis? Wie heißt das Ding? Agentavis. Agentavis. Genau, du sagst. Okay, Leute, ich begebe mich aufs Abenteuer. Alter, Detlef, Dodo, Soße ist auch, Detlef, ne, Dodo, Detlef, ja, genau. Dodo, Detlef? Ja, ist tot. Dodo, Level 120, einfach gone. Ja, aber das warst du auch ein bisschen selber schuld, Revi. Warum? Weil du hast den in der Nähe vom Wasser irgendwie hingestellt und der ist da gestorben. Dämlicher Vogel, Alter. Der ist auch verdient. Soll ich nochmal, ich kite jetzt nochmal einen rüber, Leute. Soll mal das Riesentor sehen. Mach mal Tür auf. Tür auf. Ja, kann durch. Okay, seid ihr ready, wenn ich mit einem wiederkomme? Weiß ich nicht. Hier ist niemand ready. Geil! Also jetzt will ich mindestens ein Agentavis Level 90 haben, Revi. Alles da drunter möchte ich nicht. Jo, Alter, entspann dich mal, Mann. Ich finde es so schade, dass ich nicht mitbauen darf, obwohl ich Aesthetic Goddess bin. Naja, bin ich halt der Dummkopf, der Dinos holt. Das ist in Ordnung. Finde ich gut. Und dann verkaufen wir das, dass Leute mit Delfinen... Ja, dann geht am Ende für 1.000 Euro. Das würde sich jemand holen. Ähm. So, ich gehe mal auf Toilette, ne? Ich bin sofort wieder da. Eine Mini-Mini-Frage. Was darf ich das? Frag mich. Ich bin auch sehr, sehr bewandert. Wie kann ich Bier bauen? Kevin! Ey, Leute, ich kite jetzt ein 72er-Aventavis rüber. Zu schwach. Alter, das ist der mit Abstand stärkste hier, Digga. Den wir jetzt hatten, der war 30. Spark, möchtest du ihn haben? Sei ehrlich zu mir. Ja, also, der müsste dann etwa genauso werden, wie der andere. Das würde G-Time nicht freuen und mich auch nicht. So, jetzt habe ich es gesagt. Darf ich das ehrlich sagen? Wir sind halt, glaube ich, auch wirklich nicht ready. G-Time muss da sein, bevor wir ready sind. Ja, mach doch eine Bowla oder sowas. Treff den halt. Ich habe gerade einen 72er hinter mir, Kevin. 72er. Zu low. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich wusste es, wie geil. Der ist einfach zu low. Wir brauchen mindestens ab 90. Alles, was drunter ist, ist zu low, Digga. Alter. So dumm von euch wirklich. Ihr seid die echt abgehoben. Nein, das ist, ey, das meine ich jetzt Real Talk. Das ist einfach, wir wollen ja züchten. Ja, ich finde es einfach undankbar, ne? Aber das ist halt krass, wenn man so gut im Spiel ist. Das ist witzig. Ja, ich bin froh, dass du dich dabei am Max. Und nicht nur so Leute wie Revi. Alter. So, ich bin gleich off. 1, 2, 1. Kevin, ich habe einen T-Rex gefunden, Level 72. Oh, das ist schon nicht schlecht. Soll ich den legen? Du kriegst ja jetzt alleine schwer gelegt, ne? Oh nein. Ja, super. Na toll. Ich bin dead. Und der Agent Havis auch. Glaube ich dir nicht. So schlecht spielst du nicht. Alter. Was ist wrong? Was ist jetzt passiert? Äh, wird mal ein, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Wut. Wie habe ich das überlebt? Wie habe ich, ey Leute, ich habe gerade, wie habe, ey Leute, ich habe gerade gehackt. Bin gerade von 40.000 Metern runtergefallen, an einem Loot Drop abgebounced und bin nicht gestorben am Fallschaden. Lässig. Okay, wir machen einfach mal eine Umfrage. Der war aber nicht 116, Leute. Das war aber nicht der Agent Havis, der 116 war. Oder? Okay, wenn ich jetzt ein Agent Havis Level 116 habe, bist du dann zufrieden? Ja, Agent Havis Level 116 ist OP. Ja, okay, habe ich einen hier. Ja, okay, dann kite den bis zu uns in die Basis. Okay, Top-Word-Darts, Leute. Wir müssen Darts machen. Auf geht's hier. Los, los, los. Darts, darts, darts. Aber wie kriege ich den? Weil der ist gerade in einem Battle mit anderen Dinos so. Oh, das ist schwer. Da musst du ganz nah an den Rand fliegen, dass der auf dich aggro wird immer wieder. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Ja, zu uns. Ja, witzig. Digga, jetzt kommt gleich ein GT 63 S. Der wird auch GT 63 Echts benannt, der Bruder. Ich merke ja jetzt schon, dass der deutlich krass ist als meiner, weil der A halt viel, viel mehr Schaden macht, als der Agent Havis, den ich habe. Und B ist der halt auch viel, 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 viel schneller als ich. Ja, jetzt ist der über dir. Okay, jetzt angreifen, Leute. Ja, schießt. Ja, ich bin noch, ich bin noch sautief. Treffer, jetzt habe ich Treffer gegeben. So ist gut, Digga. Lachen wir einfach mit X stehen. Treffer. Nein, ich habe nicht volles Leben. Oh, wie viele Pfeile müssen wir dem reinballern? Treffer. Weiter, Jungs. Weiter, 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 weiter. Kommt. Guck mal, ich pfeile der schon jetzt. Kann der mal umkippen? Treffer. Ich habe noch halbes Leben mit dem anderen Agent Havis hier. Treffer. Ja, halbes Leben reicht doch locker. Nochmal Treffer. Nein, komm runter. Ich muss mich an dich ran schießen. Wie bei mir. Ich bin da. Warte, setz dich hin. Setz dich schnell hin. Und flieg los. So weit hier? Ja, ich habe ihn getroffen. Er fällt runter. Er fällt runter. Nice, Alter. Der liegt hier vorne am Fluss. Ganz stark. Ganz stark, Alter. Hilfe. Ich habe mich so ein ganzes Blut von den Scheißfütern angegriffen. Was wollen die? Boah, geil, Alter. Wie ich den getroffen habe. Ich habe noch einen getroffen. Schwerzahl Level 8. Ja, okay. Das ist ein Whack. Stell dir mal vor, wir könnten meinen jetzt noch Paaren, Spark. Wie geil wäre das? Warum können wir denn da nicht mehr paaren, Revi? Der hat ja einen Gendefekt gehabt. Der kriegt ja keinen mehr hoch, weil der kommt aus Romatras Familie. Da ist das leider normal. Ja, da kicherst du nur. Na, Romatras? Ja, weil ich drüber lachen musste, dass niemand diesen Witz irgendwie witzig fand. Weil du an meinem Geburtstag allen Leuten erzählt hast, dass du Erektilie-Dysfunktion hast. Und alle gesagt haben, holy shit, wer ist der Typ und warum erzählt der das? Das einzige, was ich auf deinem Geburtstag erzählt habe, ist, dass ich mich immer einpinker, wenn ich Alkohol trinke. Das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. So, jetzt habe ich hier alles zugebaut. Kevin, mein Job hier ist erfüllt. Okay, das ist sogar ein Weibchen, ist ganz gut. Jetzt können wir die paaren halt, ne? Wir könnten die beiden gleich hier sogar paaren, theoretisch, die beiden. Ich glaube, das wird sogar ein höheres Level haben. Der wird von den Werten her besser sein. Nein, kann man auch nicht einstellen. Tut mir leid. Okay. Das ist jetzt bitter. Du hast mich mit Kacke abgebrochen, Revi, ne? Oh, oh. Kevin, ich habe ein Problem. Ich habe ein Dino aufgehoben und ich bin in der Luft. Was bist du? Der lässt sich jetzt los, ne? Nein, Alter. Kevin, ich habe den Agatavis geholt, bitte. Ein Kotballen. Jetzt hör mal auf. Max? Ja? Was sagst du dazu mit Revi? Das ist so lächerlich. Ich sage ja. Alter, natürlich. Ja, ja, ja. Ich bin pisst aus. Ich bin so pisst aus dem Spiel. Ich bin so pisst aus dem Spiel. Der kann mich doch nichts für, Alter. Du hextest wahrscheinlich mal eine Rüstung. Ja, ja, warte. Ich komm, ich komm. Hey! Was hast du jetzt davon, Kevin? Du stirbst auch. Okay. Ja, ja. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich habe einen Sattel rausgenommen, damit Kevin auch stirbt. Wir haben beide runtergehauen, aber du weißt jetzt, dass der in der Luft hängt, ne? Ja, wir kriegen ihn doch runtergefiffen. Natürlich kriegen wir ihn runtergefiffen. Ja, Blödsinn. Bin ich auf Toilette gegangen. Ich habe mir in die Hose gepisst. Hey, wir müssen Geschütze aufstellen, Romatra. Wir bauen morgen, bauen wir MGs, Maschinenpistolen. Digga, Katapulte, alles, Mann. Mir reicht es jetzt, Alter. Maschinenpistole kann ich sogar schon bauen. Wir bauen jetzt die Basis heute erstmal fertig hier, Romatra und ich nachher, ja? Und dann gucken wir, dass wir Barrikaden um die Pinsel herum noch ziehen komplett einmal. Ja, Mann. Und so Schilder überall aufstellen, wo drauf steht Hanky raus. Könnt mal Kevin. Hallo, warum kackst du ihn denn an? Warum kackst du ihn denn an? Ich bin der krassen Spieler, aber... Ja, Mann, Kevin, geht mir böse. Habäbel. Oh ja, dein Agentavis, weil ich ihn geholt habe. Let's go, Alter. Kann ich nochmal kurz Beifall auch von euch haben, dass es gut gelaufen ist heute wieder? Das war echt nice. Das muss ich mal ganz ehrlich jetzt auch sagen. Ja, also Revi macht guten Progress mit Agentavissen. Auch mit Quetzels, wenn ich die kastriere. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß, dass ich mit Max das erste Mal zusammen mit einer Frau geschlafen habe. Das war so aufregend. Ist richtig viel Spaß gemacht, oder Max? Ja. Also kann man sich mit dir, Revi, eigentlich über ein Thema ganz normal unterhalten, dass irgendwie, ohne dass so ein so und so ein Spruch kommt. Geht das? Nein, ich finde das richtig geil. Mir gefällt das voll. Nein, auf keinen Fall. Was denkst du denn auch? Focus, focus, focus. Geil. Das macht so Spaß. Einfach wehrlose Dinos abschießen, betäuben, umbringen. So geil. Ich habe einen 112er Agentavis, ist leider aber weiblich. Aber trotzdem bringe ich den mit. Ja, nehmt. Macht euch bitte bereit. Ich bringe jetzt den Agentavis mit, ne? Okay. Ich brauche also wieder Betäubungspfeil und so. Ja, ich bin gerade die ganze Zeit dabei, Munition zu machen. 112er Agentavis unterwegs zur Basis. 112er? Wir haben doch alle gar keine Munition. Alle Munition machen los. Ich bin doch schon dabei, Max. Ich bin doch schon dabei. Aber er grindet dann auch richtig hart W.O.W. manchmal. Der ist so ein ganz toller Hybride. Okay, ich bin jetzt mittlerweile... Hey, Max, du bist so ein... Alter, bist du, Alter. Du bist so ein solcher Hunde, so ein Max. Warum denn? Ne, ich reiß dir alles ab. Gib das verdorbene Fleisch zurück. Was ist denn los? Warum rastet ihr denn jetzt so aus? Gib es zurück. 34 liegen hier in der Kiste. Nervig. Affe. Ich spiele immer so tief in die Sachen rein und verbrauche das ganze Metall. Ich hasse Max. Der ist der ganze Fett auf seinem Feld und rennt hier die ganze Zeit oben ohne rum. Wie der... Guck dich mal an, wie du aussiehst, Junge. Guck mal an, wie du... Ich schieße dir jetzt einfach in den Kopf, weil ich es kann. Du siehst, du siehst so dumm aus, Alter. Ich schieße dir jetzt in den Penis einen Pfeil. So. Und auf die Nippel. Warte, Brustwarzen. Stopp. Halt still. Halt still. Zack. So, ich habe jetzt... Oh, Nippelpiercing Nummer 2. 41 Pfeile habe ich jetzt. Wäre das gut. Reicht das? Guck mal, ich habe Max gepierst. Ist gut geworden, oder? Das wirft er dir hier rein und von oben knallen wir den dann ab mit Giftpfeil. Ich stehe genau so. Mach nur so. Mach die ganze Zeit nur so im Klo. Hau die ganze Zeit nur drauf rum. Alter, hier ist ein Terz... Richtung, wo wir Eisen immer holen. Hier vorne ist ein Freddy Krüger, 104er Level. Echt jetzt? Ja, Terzinosaurung. Ja, zählen wir gleich. Zählen wir gleich. Machen wir gleich. Soll ich mit? Komm runter. 3, 2, 1 und Schuss. Okay, wir schießen auf den vorderen, wo der Mensch draus sitzt, ne? Auf den Menschen. Ja. Andere Ammo. Noch tiefer, oder fast? Nee, tiefer. Du bist halt auch genau vor ihm. Der hat 20 Schuss. Tipp. Ich habe Headshot gegeben. Ich fliege immer so extra eine etwas längere Gerade-Strecke, weil das dann, glaube ich, einfach anders, ne? Ja, ja, das ist auskommen. Du machst das viel besser als Regi. Halt doch das Maul, Romatra. Okay, ist fast betäubt. Romatra, er geht was runter, sogar, er geht was runter über der Basis, Leute. Alter, Laura, ich habe die ganze Zeit gedacht. Junge, Bester hätte man den nicht betäubt. Na, das haben wir gut gemacht als Team. Ja, Mann, Alter. Achtung, ich gehe trommeln. Ich muss jetzt die Bester nicht bauen. Ich habe die Bester echt nicht zufrieden. Ich brauche jetzt Hanky. Hanky? Wenn ich endlich mal... Ich wecke den auf. Hey, hallo! Hallo! Dummer Vogel! Hey, der Aufford! Oh! Ankühlung stirbt, Ankühlung stirbt. Alter, nein! Egal, der Aufford, der Aufford darf nicht sterben. Wo bist du denn? Überm Wasser einfach rüber, Läger. Bei Freddy Krüger, bei Freddy Krüger. Komm, wir müssen da rüber jetzt. Romatra! Wir schießen jetzt den Freddy Krüger mit Betäubungspfeilen ab. So viel wie wir haben. Und wenn es reicht, dann reicht es. Und wenn ich dann nicht. Hallo, Hanky, dort ist die falsche Richtung. Ja, ich sterbe gerade, Mann. Ja, ist halt. Ich bin tot, bin tot, bin tot. Oh, mein Gott, ist das kacke. Haben wir gehitet? Ich habe ihn auch immer gehitet. Ich fisch ihn nicht mehr. Wo seid ihr denn? Ich bin rechts rum, ich bin lang. Ja, ich sehe euch da. Oh, mein Gott. Ich bin... Ich sehe euch wieder in euch. Ich bin Spaß am Stiftung. Ich glaube, also, Revi hat das Spiel komplett nicht verstanden. Im Wasser können wir nicht treffen. Komm noch raus. Ja, Bros. Hilfe. Hilfe, Hanky, Hilfe. Hanky, Hilfe. Oh, stark. Stark, Hanky. Wie gebe ich dem das Prime Meat, Kevin? Wie gebe ich dem das? Das ist jetzt bei ihm im Inventar. Einfach in sein Inventar ziehen. Das wird gerade schlecht. Ja, einfach in sein Inventar rüberziehen, Revi. Junge, wir haben doch schon zig Viecher gezähmt. Ja, aber wenn das jetzt gleich weg ist, Alter. Das ist falsch. Alle schreiben, das ist falsch. Revi, das Vieh frisst Bären, schreiben alle. Nicht beim Terry, beim Agentavis, Junge. Ich habe doch eben gesagt, leg das beim Agentavis rein. Nein, ich habe es beim Terry gerade reingelegt. Revi, das ist gerade nicht so gut. Du hast am Anfang was so besser. Ich bin jetzt... Ja, also, du hast doch mal besser zugehört, Revi, wirklich. Nein, Alter, alle reden hier durcheinander. Der Spark sterben die ganze Zeit, die Dinos. Max steht die ganze Zeit rum und sammelt Sch*** und Romatras auch da. So, mein Fleisch ist vergammelt. Ich bin raus. Ja, dann ist es Zeit, dass ich hier abhaue, Leute. Ich bin raus.